Ich fühl Glück auf jeden Fall Also fahre ich anstatt nach rechts nach links in der ersten Gruppe Erste Gruppe links, ja Auf jeden Fall links Nicht rechts Dr. Two-Face, ready Two-Face, ah Äh Face, Dr. Two-Face Oh Das ist ein guter Stad Die erste haben wir doch schon mal, oder? Oh, ich hab schon Kontakt Wir sind hier zu dritt gerade in der Korle Also jetzt nicht mehr Boah Machen wir das Licht an So Was geh ich denn hier los? Aber Knut presst sie schon ganz schön rein hier Also der ist schon Damit weg geht vom Gas Der provoziert kratzt Oh nein Ich lieg auf dem Korb, Alter Ach Gott, ey Er zerft? Ja Was ist das passiert? Ich stand quer in der Kurve, ich bin reingekackelt Ja, ich hab auch einen Wunschaden Ihr sollt doch nicht immer das machen, was ich sage Ja Also hoch, oben, Knut presst Moin Moin Bei mir ist der Henkel komme Ich stand dann quer und ein seitliches WM Mach doch nicht Komm, 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 komm Ich muss in die Box, hab Schaden Und dein Leib ist auch noch kaputt Und dein Leib ist auch noch kaputt Ja Ich bin die Oma, die ihren Enkel fragt Was ist, habe ich schon eine feste Freundin? Da sagt man, nein Oma, immer noch die Schwabnigge Dahl Och was Komm rein, komm, komm, komm Dat wird ja hier Kattet ihr vor mir rein Du bist auf eine Mission, ey Hehehe 5-Store ganz wenig und das sind und römer erfahrt wir einfach so davon das habe ich falsch gemacht ich habe es die ganze zeit verwechselt jetzt wo du es sagst du machst den bus knopf nicht andere ja ich versuche gerade auch noch her ausrufen wo man hier die strecke garten kann um die zeiten zu bringen kriegen wir matthias die links kurve über diese steine bretter das macht auch geil so force feedback und der sound ja das ist echt geil über diese rasenkanten steine oder was das sind rasensteine oh dominik hat jetzt ein volles programm ja ich habe nicht gedacht dass noch jemand hinter mir ist und er fährt jetzt kann schon oft hier durch ja ich bin ganz zufrieden mit zwei ich habe mir das gibt irgendwie aus der kurve zieht ein freund von dem wird sich so ein flux kompensator modell dings da irgendwie auf sein kart bauen hat aber leider nicht geschafft es gibt da ja freaks die bauen die nightbredders und die deloreans nach mit einem mit einer liebe zum beteil das ist wahnsinn auch auch Woah, woah. Oh, wehnschotten. Oh, komm mit. Achtung, Achtung, wir stehen hier. Oh, schritten Tomic. Ich komme heute nicht ins Schwung hier. Jo, ne. Was ist mit dem Dominik passiert? Was ist mit dem Dominik passiert? Ob man sich berührt hat, bis in der ersten Gruppe. Ob man sich einfach verbrecht hat. Geil? Das passiert doch ganz schnell bei den Dingen. Ja. Ja. Da brauchst du, du kannst ein bisschen warten. 30 Sekunden Abstand schon wieder. Ach, jetzt weiß ich es. Ich fahre mit Regenreifen. Ach so. Und du auch? Mann. Das war die Bank der Antwort. Das gibt meine Bache Zeit. Ich bin so weit hinten. Ich werde dich selbst nicht verkacken. Hopp davon, ob du schwarz gefahren bist oder bezahlt hast. Ja, das könnte gehen. 23,2. Jetzt habe ich doppelte Bremsplatten. Oder steht einer, Kurve 2. Oh, meine Chance. Juhu. Sowas nehme ich danken an. Aber was war mir überraschend, dass die Spanier auch immer wieder mitfahren bei uns. Alle oder wie? Äh, jetzt hier der eine, der mitfährt. Das ist ja so jetzt nicht der, der, ich sag mal die rechte Hand von der, aus der spanischen Community. Das ist richtig. Oh, ich hab grad komplett Forcefeedback-Verlust. Oh. Echt? Ja, ist nur noch komplett schwer. Oh, Forcefeedback-Verlust. Oh, Forcefeedback-Verlust. Oh, ich hab gestellte auf der Bremse. Die Rauchten leuchten wie Sau. Aha, da wird abgekürzt. Okay. Oh, Alter. Gibt gar nichts mehr hier. Aber fahrt hier die Weichen und die Harten-Sticks? Weich. Weich. Weil der ist geknallt. Mein Hof ist voll heiß. Du, das hinter mir, Schwarzfahrer. Wieso soll ich vorbei? Ja, ich kann das Auto nicht mehr kontrollieren. Danke. Dann halt der Nächsten auf. Hier schiebt sich nochmal ein bisschen an, wenns geht. Ich bin ein bisschen nervös hier. Alter. Ich sollte die Spiegel ausstellen eigentlich. Aufmerksamkeit. Ja, Dustin, da bist du jetzt vorhin. Nur, nicht am hier vorbeigefommen. Und ich sehe jetzt überhaupt keinen. Käpt'n da von hinten an! Ojo, Matthias. Hast du das gemerkt? Nee, ich hab'ra kann Schaden. Aber hast du in dem... Oh, ist da los?! Ja, die habe ich gesagt, ja. Alter, schwebe. Was denn? Ja, heu. Oh, 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 oh. Gut? Ich habe dann wieder ein bisschen rausgeschickt. Ja, auf den Teppich da, da würde man nicht kommen. Das ist ganz schön rutschig. Bald vorbei. Gott sei Dank. Schluss für der Kämpfchen jetzt hier. Okay, gar nicht. Und ich komme. Der Scheunst, meinst du? Ja, ja. Oh, nein. Nein. Och, Mensch, was machst du denn da? Fahr weiter, los. Schick mich an. Du kannst ruhig vorbeifahren. Nee, ich habe nur noch ein träges Lenkrad. Das bringt gar nichts. Ich fühle gar nichts mehr. Du bist ja witzig. Ich habe mir auch aufgegeben, weil es bringt mir nichts, wenn ich da eine Minute ansitze in der Erde und gucke. Na, ich kenne es noch besser noch die schnellste Runde. Vom Training, 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 fahren. Genau. Na, aber dafür brauche ich kein Training mehr. Oh, oh, oh. Hier geht es euer echter Feuillen. Hallo, geht es um alles? Die Sonne weg. Das war Pech. Die Sonne weg. Oh, Knochen weg. Ja, ich bin nicht. Ja, das war so schön. Das geht doch. Wenn dir dann jemand in der Seite reinfällt, ist es noch viel schlimmer. Oh, mutig. Das war so schön. Nein. Oh, bitte. Boah, jetzt war es echt nochmal spannend. Warte, Matthias. Ich bin noch dran. Ich bin noch dran. Warte, Matthias. Oh, die Reifen lassen nach. Kann das sein? Ja. Also ich bin jetzt 1,2 langsamer, obwohl alles so läuft wie der Runde davor auch. Also die Reifen haben zwar noch nicht so viel so ein Abnutzensgrad, aber ich merke einfach selber, dass ich viel zu viel Rutsche jetzt mittlerweile. Das war aber ein bisschen Sprung. Nicht so viel Abnutzensgrad. Also ich hatte schon heute im letzten Rennen locker fast 30% Abtrieb an den Reifen. Ich glaube auch. Was weiß. Ja, letztes Rennen, aber ich meine, jetzt dieses Rennen, da ist jetzt noch nicht so wirklich viel. Das sind vielleicht maximal 5% oder sowas. Ja. Von einem ersichtlichen, na ja, um die 5-10% sagen wir so. Man, wenn ich mir das darf. Ja. Ja, ich bin ja die Runde jetzt ausgeschieden. Die gleich, die erste Runde. Aber ich versuche gerade irgendwie ein bisschen Bremsbelaufs da hinten zu schieben, weil er mir einfach zu viel untersteuert beim Bremsen. Aber jetzt bin ich an einem Punkt angelangt, wo es gefährlich wird. Mhm. Vielleicht soll ich doch nicht so viel Sicherheit aufgeben für Bremswirkung. Nico kommt nicht da. Mhm. Und bei den GT3-Autos hast du, bei den GT3-Autos hast du halt auch rechts mehr Auto und links weniger Auto. Mhm. Was ich dir so gern gewöhnt hat. Ja, jetzt da dauernd links auf den Cubs rum. Voll interessant, dass jeder bei dieser Runde ungefähr ein Hundest knapp langsamer war. Von Platz 1 2, 2, 3, 4, 5, 6. Der 6 nicht. oh da jetzt Aber das war gleich für mich die Daufe aus, die mir einfach hinten jetzt gerade ein bisschen fehlt. Jetzt weiß ich, warum ich verkackt habe, Alter. Ich habe ein falsches Setup drin, Alter. Ich habe das noch von BeamNG drin. Haha. Oje. Bedingungsweise, was ja faszinendlich ist, nur die Brake Force, die war jetzt noch zu hoch im Rennen, deswegen habe ich nicht bremsen können. Ich hörste doch irgendwas, die Scheiße. Einzel. Ja, dachte ich. I dale wir an. Objektiv die Spielballzeit. Aber die willkommen hätte ich einen K线 machen. Was hatte ich immerragend. Ich habe hier mich. 님이 carbono den kleinen Bahner. Die Bomberg Ahu, Dessert Rate ist ein Kind dabei. Der Marc ist unterwegs im Rennen ora klar. Er steigt. ency schwere. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 zwei Runden sind noch also mittlerweile wieder fast feedback es wurde zwar ein bisschen besser als ich die reifen gewechselt habe aber wirklich gut ist es noch nicht komisch einfach nur ein träges lenkrad jetzt mit ein paar rüttel effekten das war es also wie so ein logitech aber das logitech ist halt nicht so träge das drehst du mit einem finger kann es aber trotzdem bleiben bei kevin aber kann man nicht ja kurz umgewöhne das macht aber kein spaß es macht keinen spaß keine panik ich kann ja sowieso nichts mit platz 11 ich weiß ich habe nur witzig dass du es respektieren muss ich bin froh wenn meine sehnscheidung weg ist und ich endlich mal habe sie am chirurg war wegen dem schnappfinger das der auch mal auf der hände nicht so viel onanieren hat nix mit holen was sein arsch ich habe immer versucht fingern pro in mexiko zu spielen ja wer hat denn die vorlage gegeben es war keine vorlage das war mein ernst es war aber keine strege kevin ab ihn ich schnappfinger und sehnscheidung ist echt nicht zu spaß eine zeitstrafe gibt es auch noch das ist ja frech glückwund manuel danke nico ohne dich hättest du halb so viel spaß gemacht alter schwede was ein kampf ich habe echt gedacht das wird eh nichts mehr alles aufgefahren lichtscheiben würde nichts geholfen egal hast du auch kein force feedback ne ne tatsächlich nicht nico bist du ohne force feedback gefahren ne ne achso ok nicht dass das jetzt hier weil er hätte alle nicht blöde geguckt von wegen force feedback aus und trotzdem noch alter schwede irgendwie war ein besseres reich management vielleicht also ich habe nicht gerutscht oder ich hatte keine aero änderung ja kann sein kann sein meiner ist brutal ausgebrochen ich bin ja auch vorne zwei und hinten drei gefahren wie Dustin aber bei mir ist es brutal ausgebrochen und nach längerer fahrt wurde es immer schlimmer so hübsche autos das war ein super rennen alter leute mal wieder zwei mega intensive rennen ja mega willst du da hinlegen das ist